Ja, genau. Genau. Ja, Kombats. So flieht man so nebenbei. L und R gedrückt halten. Duptiduptidu. Warte, hier ist doch das Schiff. Wo ist denn... Aaaaaah! Wo ist diese verdammte Stadt? Hallo Leute, ich bin Cernot257 und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 5. Ja, im letzten Part habe ich mal wieder bewiesen, wie das LP doch mir... Wie LPs tut und tun mir immer doch wieder einen Arschtritt gibt, wenn es darum geht. Skill zu beweisen. Ähm. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ah, nee, dann wahrscheinlich... Dann wahrscheinlich, aber das kann noch... Hä? Nein, nicht im Sinn. Wenn ich schlafe, ich da einfach nur mal, damit ich wieder aufgefüllt habe. Nein. Da. Da. So, ja, super. Äh, das Spiel sagt mir, es gibt keiner... Hier kannst du keine Items kaufen, die deine Magie heilen. Und so. So. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Dankeschön. Ja, komm. Oh, ich bin so müde. Oh, nein, neuer Tag, hallo. So, okay. Ähm. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der netten kleinen Höhle wieder, an der Stelle, wo ich mir gedacht habe, komm, ich bin jetzt mal scheiße und hau wieder ab. Letzten Endes hat es mir jetzt nichts gebracht, aber dort sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao. So, nebenbei, wen es interessiert, so sieht die Karte aus. Hier. Also, wenn man erdrückt, so. Hier. So sieht die Karte aus. So, ja, da sind wir wieder. Ähm. Ja, eine Sache noch, ganz schnell. Ui. Und zwar. Ähm. Ich weiß, dass... Hier, dieses Spiel, ähm... Ja, kann ich jetzt mal labern hier. Tutentun, tutentun, trollololol, tutentun, tutentun. Ähm. Es liegt einfach daran, dass man sozusagen so schlecht, das könnte man es behaupten, weil ich keine Taktik habe, weil meine Berufsverteilung für den Arsch ist und alles so ein Scheiß, ich weiß. Ähm. Aber... Ihr müsst eins bedenken. Bei mir... Also... Oh, guck mal. Cool. Nein. Ich nehme jetzt eine Potion. Aus welchem Grund auch immer. Ähm. Für dich. Einfach so. Aber ich möchte mich gern mal... Ich möchte gern mal wissen, ob es so auch funktioniert. Und... Wer macht's, man? Der Spaten. Der Spaten. Aber ich möchte gern mal probieren, wie es mit diesen Berufen klappt. Und ich müsste mit jedem... Also immer wenn ich einen Beruf abschließt, müsste ich einen neuen bekommen. Und ja. Nein, das ist nicht B, das ist A. So. Nein, 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 nein. Komm. Dankeschön. Hey. Ach, das ist A. A. Ich hab da... Tut mir leid, ich hab da grad schon wieder Knüffel verwechselt, weil... Ähm. Auf dem Gamepad ist halt alles so wie auf dem Xbox-Controller. Ich weiß nicht, warum ich es anders... Also, bei mir ist nur A und B vertauscht. Also. Wenn man vom Xbox-Controller ausgeht. Nicht auf dem Gamepad, sondern für die... Hier. Wöse... Äh, Advanced. Wieso? Wöse bei Advanced-Steuerung. Weil, ähm... Bei Nintendo ja auch immer... Da, wo auf dem Xbox-Controller B ist, ist bei Nintendo A und umgekehrt halt. Ähm. Und ja, deshalb hatte ich es hier auch so überlegt. Ja. Okay. Äh. Was bist du denn? Kann ich was von dir stehen? Ich stehe versuch' fehlgeschlagen. Aber dich merke ich mir. Navita. Vita. Näh. Hüi. Ja. Ich glaub, du wirst da nicht drauf gehen. Ja. Leider. Naja. Ah, ich bin vergiftet. Wer? Alle. Gott. Oh Gott. Ja, das war's dann auch soweit. Ja, was? Oh nein. Nein. Ich hab schon wieder was vergessen. Where did I go so wrong? Die Weißmagie-Zauber. Ach Gott. Die Weißmagie-Zauber. So'n Scheiß. Da gibt's doch einen Zauber gegen Gift. Jetzt muss ich sehen, wie Faris hier verreckt. Ist leider so. Na komm, verreck mal schneller. Ist schon verreckt? Nein, noch nicht. Und die Wolken ziehen vorüber. Du verreckst dich mehr. Ach, nur wenn man läuft. Ja. Kann ich jetzt grad auch nicht ändern. Vielleicht hast du ja was. Ich wette, die Gegner haben was dagegen. Also, ja. Tut und tun, ne? Also, von denen kann man sicherlich, äh, das Zeug dagegen klauen. Was willst du eigentlich, du Vieh? Und wieso hab ich Feuer gemacht? Komm. Ja, toll, ne Goldnadel. Leck mich. Oh, was ging Vergiftete? Wieso verfehlst du? Och, komm. Ja. Gut, okay. Alles, oh Gott. Das wird super. Ich wette, auf diesem Berg kommt ein Boss. Und ich wette, er kann auch so eine scheiß Statusveränderung machen. Ah. Naja. Jetzt hab ich auch keinen Bock, nochmal zurückzugehen. Ernsthaft. So, komm. Probier so lange zu überleben wie möglich. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen mit dir. Wow. Du leidest dir echt ganz schön. Grabsteine. Ach. Du auch noch. Alle. Haha, auch viel super. Ah. Alle. Alle. Wirklich alle. Ich hätte auch vor diesem scheiß Berg speichern können, ihr Idiot. Aber nein. Natürlich nicht. Leck mich. Ich glaube, ich gehe gleich doch nochmal zurück. Und wenn ich schon mal zurückgehe, kann ich theoretisch auch vom Berg erstmal speichern. Ich weiß ja nicht, wie ich es jetzt schaffe. Ob ich es nochmal zurück in die Stadt schaffe oder nicht. Ah. Super. Da habe ich mir mein... Alles verspielt, sozusagen. Ne. Na, komm. Ich gehe jetzt nochmal schnell vom Berg runter. Wir sehen uns gleich. Komm. Ja. Bitte. Oh Gott. Ist heute die reinste Fehlaufnahme. Ich merke das schon. Boah. Oh Gott. Oh Gott. Wie viel Geld habe ich ihn. Ich habe aber viel Geld. Wo habe ich denn das ganze Geld? Wahrscheinlich am Ende vom Kämpfen immer bekommen. Achtung war der Ende. Item Shop. Ah. Ne. Ah ne, ich wäre in den Zauber Shop. Dann will ich mir noch Antidot kaufen. So. Alter Mann. Mann. Ja. Ja, genau. Ich möchte dich haben. Und zu. Und zu. Dankeschön. Hat sie das jetzt automatisch? Ja. Genau. Hat sie. Dankeschön. Dankeschön. Nein, wirklich. Ach, ich muss. So. Äh. Ja. Okay. Okay. Ich überlege, ob ich ein paar Kürze halten und hier beende und dann jetzt nochmal zurück zur Röle gehen. Ne, komm. Okay. Ähm. Ja, wann mal. Ich speichere jetzt erstmal hier. Speichere. Nicht abbrechen. So, speichern. Ja. Bitte. Dankeschön. Okay, ähm. Ja, Moment. Ich, äh. Ich pausiere hier nochmal ganz schnell. Dann bin ich zurück zur Röle auf und ihr das nicht nochmal sehen müssen zum Scheiß. So, dann speichern wir hier vor der Höhle nochmal nochmal, nochmal, beziehungsweise vor dem Berg ist ja, aber Berg, Höhle, ne? Was steht da? Da-da-da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. nur noch besser als in F5 aber da kommt Kitzel muss sterben Kitzmar Style neue Spieltitel die Gegner kommt sie jetzt einfach mal nochmals so ein scheiß Fliegel Tutentun Vogel Phönix was weiß ich was das war kommt dann habe ich jetzt ein Zauber dagegen hat das ist das sagst du jetzt zu viel nach wieso tue ich das ach naja die Mieter schon so ach wieso EP ich das heute noch überhaupt ich mach den Berg fertig und dann höre ich auch auf ich denke sonst ist das sonst wird es heute noch schlimmer wer hat mich denn ach auf einmal wird mir alles klar diese scheiß Pflanzen vergiften mich dieses Kraut ernsthaft das läppst mir und die viecher die haben mich die ganze Zeit vergiftet das ist eine interessante Erkenntnis und wieso habe ich das getan mach es kaputt wieso machst du es nicht kaputt was ernsthaft mehr kann ich da auch gerade nicht sagen wow ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen ruhig behaupten nach dem Kampf muss ich den Partler hochbeenden die Parts auch vergehen wenn man halt die ganze Zeit nur kämpft ja genau schlag ihn einfach oder so alt ist es wäre gerade auch die Egal herkommen Galuf Jart kann ja jetzt über 15 Minuten das sind da lang und da lang und dann geht es da dort gar ist ja kostet zum Glück nicht so viel ja 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 genau oh oh Gott dann oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott ja bitte oh Gott nein ja 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 perfekt das brauche ich jetzt das habe ich jetzt gebraucht und ich speichere gleich nochmal ich speichere gleich nochmal ich bin mal gespannt wie es cooler 381 er geht der hat ja heute auch mal wieder auch wunderbare spiele naja ja egal ähm fertig mit Schleichwerbung fertig mit F5 für heute oh Gott oh Gott ah dann dann mal wie viel Zähne habe ich noch nur ein vier vier würde sich das lohnen ähm 62 ich mach's einfach kaum weiß kann so okay Leute ich bin sehr under 257 dann würde ich sagen das war's für heute mit Final Fantasy 5 die Gameboy Advance Version heute mal in dem Fail Special wenn ich's so nennen darf theoretisch könnte ich alle Parts zusammenschneiden und dann sagen das ist das Fail Special ne oder ich nenne's einfach Fail Special Part 1, 2 und 3 und so ein Scheiß ja okay okay das war's jetzt wirklich für heute okay ich bin sehr under 257 ciao